cool aber was auch also Don't get me wrong oder so ich willst jetzt das soll kein flex oder so sein aber was ich halt super super geil finde ist wir haben in diesem haus in unserem eigenen in unserem eigenen ferienhaus haben den schwimmbad also das klingt so ein bisschen übertrieben was das halt wirklich ein separates extra indoor schwimmbad was so cool ist und das ist richtig sick das war also weiß ich nicht das ist Es ist also du